Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Dieses Mal geht es um Zerstörung der KI, eine Abrechnung. Aber nein, nicht wirklich. Also es geht mir eher darum, euch so ein paar Dinge, die mir schon länger durch den Kopf gehen, nochmal so ein bisschen vorzukauen. Medienkompetenz, Dinge, wie sie verwendet werden und so weiter und so fort. Also ja, mal eine andere Art von Video. Also der erste Punkt, Medienkompetenz, worunter ich das Ganze mal verbucht habe. Dinge, die jahrelang schon wirklich funktionieren. Schreiende Titel wie der hier, wobei der vielleicht nicht wirklich gut ist. Auf jeden Fall Krawall und Gewalt, die bringen Aufmerksamkeit. So blöd wie das Ganze auch wirklich ist, irgendwie funktioniert das immer noch. Das ist wahrscheinlich direkt im Menschen so verankert, dass diese Sachen immer noch funktionieren und aus grauer Uhrzeit kommen, damit wir schnell davor bösen Tieren weglaufen oder was weiß ich. Also von daher, diese Mechanismen funktionieren immer noch und im Gewand der heutigen Medien. Unabhängig davon, ob das jetzt gedruckt ist, ob es im Internet ist, ob es jetzt Textwerke sind, Bildwerke, Videos oder was weiß ich. Daher die Frage an euch, was habt ihr euch bei diesem Titel gedacht? Also könnt ihr erst mal so für euch selbst an dieser Stelle überlegen, wie es ist und eventuell in einen Kommentar reinschreiben, wenn ihr meint, dass ihr das hinschreiben möchtet. Warum habt ihr dieses Video angeklickt? Liegt es an diesem, ich finde solche Titel immer eher beschissen, aber so allein von den Aufrufzahlen bei anderen funktioniert diese Mechanik super. Ich weiß nicht, ob das bei euch funktioniert. Wenn es nicht so funktioniert, finde ich das eigentlich ein gutes Ergebnis, aber warum habt ihr das angeklickt? Und insgesamt konsumiert ihr lieber so Inhalte, wo ihr was lernen könnt, die euch wirklich irgendwie weiterbringen im Leben oder einfach diesen Krawall Unsinn, der überall im Internet rumgeistert. Aber auch im Fernsehen, falls ihr das auch noch guckt oder ja auch gedruckt. Und noch ein bisschen Spaß am Rande. Worauf spielt der Pinguin im Anzug an? Ich gehe nochmal zurück auf das erste hier. Da ist es relativ deutlich. Überlegt einfach nebenbei mal, wer das sein könnte. Die Auflösung gibt es am Ende. Grundlegend vielleicht erst mal die Frage, wofür werden Bildelemente verwendet? Ich fasse das relativ weit. Das kann alles Mögliche sein. Irgendwie alles, was wir über die Augen wahrnehmen, sage ich mal, das sind Bildelemente. Kann jetzt ein Bewegtbild wie ein Video sein. Das kann aber auch was relativ Altes sein. Denn die Mechaniken und eigentlich immer wieder derselbe Quatsch begegnet uns immer wieder. Also das hat es auch vor 5000 Jahren schon gegeben bei den alten Ägyptern. Da haben die Pharaonen die alten Kartuschen, also die Namensbezeichnung des vorherigen Pharaos gerne mal bei Tempeln ausmeißeln lassen und das durch ihren eigenen Namen ersetzen lassen. Also so Bilder und Geschichtsfälschung ist eigentlich ein sehr alter Hut. Und wenn ihr auf diesen Link hier drauf geht, dann bekommt ihr noch ein paar weitere Infos dazu. Eine Seite, die ich so gefunden habe, wo es exakt um dieses Thema geht. Also wie das damals abgelaufen ist, vor 5000 Jahren schon. Insgesamt finde ich, sind Bilder eigentlich eher mehr so schmückendes Beiwerk oder Illustrationen. So wie die Pinguine, die ich ja jetzt in den neueren Videos auf jeden Fall immer habe. Die sind irgendwie immer so themenbezogen. Aber ich hoffe, dass ihr nicht denkt, dass das wirklich Fotos sind oder wahre Begebenheiten. Es ist einfach bloß ein grafisches Element, Beiwerk oder eine Illustration, damit es ein bisschen bunter ist. Lockert das Ganze ein bisschen auf. Aber es hat keinen eigentlichen Informationsgehalt. Was anderes, was mir aber schon sehr häufig aufgefallen ist, auch in den vergangenen Jahren und ich bin jetzt ja nun nicht mehr der Allerjüngste. Also so lange, wie ich mit Medien oder sonst irgendwie was zu tun habe. Früher waren es halt Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen. Und das waren nicht unbedingt so die unseriösen Medien, woran jetzt vielleicht einige denken. Also von daher steht der dabei, auch in seriösen Medien, da fehlen so Angaben bei Fotos, wann die aufgenommen wurden, wer da drauf zu sehen ist, in welcher Situation das Ganze entstanden ist. Also der Kontext fehlt häufig. Der Text, der da drum herum gebaut ist, gibt nicht unbedingt immer einen Hinweis darauf, wie dieser Kontext zu dem Bild ist. Also häufig sind diese Bilder wirklich bloß schmückendes Beiwerk, wo wahrscheinlich die Leute drauf sind, die im Text erwähnt werden oder eben auch nicht. Man weiß es nicht. Also das ist irgendwie nicht so ganz sauer, wie dort gearbeitet wird. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, als ich noch Fernsehen geguckt habe, Tagesschau und sowas, da gab es denn mal so Einblendungen. Da wurden so Schnipselchen von YouTube oder sonst irgendwas eingeblendet. Und dann wurde als Quelle einfach angegeben, Quelle YouTube oder Quelle sogar Internet. Ganz tolle Sache. Also Urheber wurde nicht genannt. Und dass dieses obskure YouTube oder dieses seltsame Internet irgendwie so ein bisschen größer ist, das haben die vielleicht irgendwie nicht wahrgenommen oder das war denen schlichtweg egal. Das ist ungefähr so, wenn ich schreibe Quelle Bibliothek. Ja, gebt nicht an, welches Buch das ist, welcher Autor, das ist ja egal. Dann diese Stockbilder, die man ja immer noch kaufen kann oder gratis kriegen kann, um Sachen zu illustrieren. Da gibt es millionenfach diese Bilder, die auf Webseiten feilgeboten werden oder eben auch quasi verschenkt werden. Das wird mehr oder weniger abgelöst durch KI-generierte Inhalte, weil die vielleicht so ein bisschen besser auf den Zweck sich abstimmen lassen mit natürlich so ein bisschen Arbeit dahinter, Prompt Engineering und mehrere Durchläufe, bis man was raus hat, was einem gefällt. So wie hier dieser jubelnde Pinguin in diesem wunderbaren Anzug. Der ist übrigens auch ein Hinweis. Von daher, diese Stockbilderbranche, die für die Bebilderung früher gesorgt hat, die hat so ein kleines Problem. Die braucht man nicht mehr so wirklich, aber letztendlich ist alles nichts Neues. Zum Abschluss für diesen Punkt hier, Frage an euch, gab es eine Zeit, wo Medien, also seriöse Medien, mal sauber gearbeitet haben? Also gab es sowas wirklich? Also ich kann mich nicht daran erinnern. Vielleicht bin ich nicht alt genug, vielleicht war es aber auch wirklich nie so. Schreibt das gerne in die Kommentare. Da üblicherweise immer über KI berichtet wird, wie schlimm das Ganze nun ist, also es gibt viele Sachen, die dadurch wirklich deutlich schlimmer werden, aber es ist auch nicht, also es ist eigentlich nicht wirklich neu. Die Methode ist anders, sie ist günstiger, aber den ganzen Mist, wie eben gesagt, vor 5000 Jahren hatten wir den Quatsch auch schon. Es ist nichts Neues. Und mich wundert manchmal, wie gering der Aufwand sein kann, damit Leute meinen, dass Dinge wirklich so geschehen sind. Irgendwie bin ich drüber gestoßen, also manchmal gucke ich bei YouTube, von einem zum nächsten lasse mich so ein bisschen von diesem Algorithmus da leiten und übrigens Leute, die das gesehen haben, die haben auch das geguckt oder diese Empfehlung und da lande ich manchmal bei ganz komischen Dingen. Und was mir aufgefallen ist, es gibt, vielleicht ist es schon ein eigenes Genre, dass aktuelle Geschehnisse, also wie jetzt gerade Ukraine-Krieg, durch Spiele dargestellt wird. Also fiktive Ereignisse werden mit Spielen illustriert, also da machen Leute, kann man ja sagen, so ungefähr wie so ein Let's Play, machen ein Video davon, laden das hoch und schreiben dann darüber, übrigens der Angriff von da auf da oder den abstrusen Quatsch. Und was ich eigentlich erstaunlich finde, es wird häufig Hammer 3 verwendet. Das Spiel ist von 2013. Es gibt allerdings auch ein paar Mods dafür und ja, also es sieht jetzt nicht so fotorealistisch aus. Also man könnte jetzt eigentlich sagen, aha gut, das ist ein Spiel. Aber durch den Titel, der gewählt wird und die Kommentare, die ich dann da drunter sehe, fallen so ungefähr 50 Prozent von den Leuten drauf ein, oh nein, das ist ja, das kann ja gar nicht sein und überhaupt, hätte ich ja nicht mit gerechnet und überhaupt. Und die andere Hälfte meinte, ja warum, warum wird das nicht richtig hier markiert, dass im Titel gleich drin steht, das ist einfach bloß ein Hammer 3 Video. Ja, also in der Videobeschreibung steht es denn üblicherweise auch drin, dass es kein echtes Zeitgeschehen ist, sondern dass es einfach mit, ja häufig Hammer 3 gemacht wurde. Ja, aber erschreckend finde ich, dass die Hälfte ungefähr, also gefühlt die Hälfte der Leute einfach drauf reinfällt und so, aha, also nee, das hätte ich ja so nicht gedacht überhaupt. Wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen aktueller haben möchte, mit ein bisschen mehr Aufwand sowas zu bauen, kann man auch die Unreal 5 Engine nehmen. Ich habe euch hier mal so ein Video verlinkt von Leo Torres, der mal vorstellt exemplarisch, was man mit dieser Engine machen kann. Und bei einigen Szenen, die dort zu sehen sind, würde ich sagen, ist es wirklich sehr schwierig zu unterscheiden von einer echten Aufnahme von einem echten Video im Gegensatz zu so einer Engine. Also das ist sehr, sehr gut geworden. Und das Ganze lässt sich auch gut anpassen. Man bekommt für diese Unreal 5 Engine sehr viele vorgefertigte Inhalte. Ich glaube, Assets sagt man dazu, also sowas wie Texturen, Modelle und so weiter, die man in diesem Editor zusammen komponieren kann. Und hinterher macht man ein Video damit. Man braucht für diese ganzen Sachen keine KI-Spiele-Engines reichen, um 50% der Leute damit zu täuschen, mit vielleicht einem geringeren Aufwand, wenn man damit Videos dreht, soweit sind wir ja beim KI-Bereich noch nicht, dass man damit wirklich gute Videos machen könnte. Also es gibt schon was, das ist aber noch nicht so wirklich verfügbar aus solchen Gründen hier. Ja, also diese Spiele-Engines, damit kann man schon nette Sachen machen oder eben auch ziemlich schlechte. Wie verändert KI jetzt das Game? Naja, insgesamt denke ich mal, so wirklich viel ändert sich von der Art und Weise her nicht. KI, beziehungsweise diese Bildgenerierung, um die es mir ja hauptsächlich geht, sorgen dafür, dass neue Inhalte einfach bloß schneller und billiger zu produzieren sind. Also Dinge, die vorher mit Photoshop per Hand gemacht wurden, die erledigt jetzt so eine KI, die produziert tausende von Bildern in relativ kurzer Zeit, was früher Handarbeit und dementsprechend teuer war. Und Werbeindustrie bitte mal weghören. Ich denke mal, die sind sowieso schon auf solche Ideen gekommen. Die kommen immer auf bescheuerte Ideen, um uns zu nerven. Gruppenbezogene Werbung zu generieren mit eigenen Textinhalt, mit dazu passenden Bildern, lässt sich deutlich einfacher herstellen, generieren, als wenn das jetzt eine Marketingagentur machen müsste. Also von daher, es geht wiederum um Geschwindigkeit und Preisreduktion bei dem ganzen Zeugs, was natürlich dazu führen kann, dass wir noch mehr Werbungsmüll entgegengeblasen kriegen. Und durch die Profilbildung, die ja schon gelebte Praxis seit Jahrzehnten mittlerweile ist, kann man noch mehr personenbezogene oder gruppenbezogene Werbung ausspielen, die genau auf uns zugeschnitten ist. Was hilft jetzt gegen Werbung? Eigentlich auch nichts Neues. Werbeblocker, die funktionieren sehr gut. Von daher sollte man auch immer verwenden. Ansonsten ist das Internet auch schon wieder seit Jahrzehnten einfach unbenutzbar. Blinkender, hüpfender Scheißkram, der uns entgegengeblasen wird. Die etwas Älteren erinnern sich wahrscheinlich noch an diese ekligen Hüpfe-GIFs, GIFs, die in den 90ern irgendwie aufkamen, potestliche Webseiten, wo das Ganze rumgeblinkt hat. Das war so ein Trend, der ist glücklicherweise wieder vorbei. Dann kam die Flash-Seuche. Die ist zum Glück auch wieder vorbei. Aber man kann genau denselben Mist im Modernen mit JavaScript, HTML5, eingebetteten Videos und sonst irgendwas machen. Also von daher, das nervt uns jetzt auch. Die Technik ist eine andere, aber es ist derselbe Scheiß wie immer. Wie eh und je, es ändert sich nicht viel. Die Technik ändert sich, aber die Mechanismen sind dieselben. Darum habe ich auch Videos gemacht. Also ein Video dazu, wie man Firefox richtig einrichtet. Das ist auch irgendwie so ein bisschen reißerisch. Ja, kommen wir mal drauf an, wie man es sieht. Aber da habe ich es immer so benannt. Und es gab einen Nachfolger von diesem Video in Geiste. Brave, richtig einrichten und nutzen. Ist verlinkt in meinen Folien. Und die Folien stehen unten in der Videobeschreibung auch wieder verlinkt. Dann könnt ihr dieses ganze Zeug, was ich hier im Video drin habe, noch mal einzeln durchblättern mit den Folien, die ich gezeigt habe. Und es sind eben auch die Links drin. Dann habe ich mich noch mal erinnert, Wie hat das überhaupt angefangen mit dem Blocken von unerwünschten Inhalten im Internet? Diese Werbeblocker sind auch ein alter Hut. Und mir fiel sogar noch der Name davon ein. Das allererste davon war Webwasher. Ist sogar eine deutsche Erfindung gewesen von einer Ausgründung aus Siemens. Also ein Unternehmen, was Webwasher hieß, hat das gleichnamige Produkt rausgebracht. Und das war das Erste, womit man Werbung rausfiltern konnte. Das ging mehr oder weniger gut. Hat sich daran orientiert, wie groß irgendwelche Banner waren. Also Bilder, die eingeblendet wurden. Die hatten so markante Größen, die überall wieder benutzt wurden. Von daher ließ sich das am Anfang ganz gut mit einfachen Mitteln ausfiltern. Wenn ihr dazu noch mehr lesen wollt, habe ich hier den Artikel von Wikipedia drin. Und ja, das ist vielleicht so Nerd-Party-Wissen, womit man angeben kann. Ach, übrigens, wisst ihr schon, was 1998 in Deutschland erfunden wurde? Hm, zum Beispiel. Kann man mal machen. Ja, dann kommen wir zum letzten Punkt. Und ja, die Auflösung des Ganzen. Es ist natürlich, ta-ta-ta-ta-ta, Stan S. Stanman, bekannt aus Monkey Island. Der sieht natürlich anders aus in dem Spiel. Dort ist es kein Pinguin. Aber von der Art und Weise würde ich sagen, ist es gar nicht so verkehrt getroffen. Und natürlich, seid ehrlich, habt ihr es richtig geraten? Schreibt es in die Kommentare, lasst es bleiben, wie auch immer. Ja, das war es dann für diesmal. Mal wieder eine andere, anders, andere Folge als sonst. Mit dem Nachmachen wird es diesmal ein bisschen schwierig. Mal abgesehen von dem Werbeblocker, den ihr wahrscheinlich eh schon verwendet. Aber vielleicht so ein paar Denkanstöße. Ja, keine Ahnung. Ansonsten natürlich gerne abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017